Die Busch-Männer haben uns gezeigt, wie man oben schießt und ich habe nur einmal das Ziel getroffen. Also das kleine Ding hier, das da, das ist das Ziel. Guck zu, wie er es macht. Hey, cool, super. Und? Du musst noch ein bisschen mehr spannen. Sehr gut. Wunderbar. Also hier seht ihr mal, wie man richtig Pfeil und Bogen schießt und die Jungs, die haben ganz schön krasse Muckis, finden wir. Das ist schon ein Häubchen. Und zack, ein Hose-Tasch. Okay, so machen wir das hier. Das ist schon ziemlich original hier alles. Ja, ja. Und immer schön das Joint hingriffbereit. Das ist ein tolles Teamwork, was sie da machen. So, jetzt gehen wir jagen. Gucken, was wir finden. Der eine hat vorhin schon einen Vogel, der Herr Brachtasch gesehen. Das heißt? Ja. V.B. oder irgendwas ohne Kopf. Und da ist, was er dann damit gemacht hat. Er hat sich hinter in den Arschbackentasch gestopft. Und jetzt gibt es Früchte vom Baum. Okay, alles versteht. Hier, also der Kletter setzt er hoch und will Früchte holen. Und die Früchte sind reich und Kalzium, wegen dem ist es gut für Kinder. Nicht mal so ganz niedrig da der schöne Baum. Ah, da haben sie die Sticks reingemacht. Und da haben sie die Sticks reingemacht. Ja. Und da 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 und da. Früchte. Läupen. Oh, der ist aber trocken. Schmeckt's? Ja, das sind Mate drin. Ich esse auf der anderen Seite. Nichts was. Nichts was. Nichts was. Nichts was. Überstock und übersteine. Also er hat eine Taube. Das ist der. Und der ist. Man achte bitte auf Melissas Begeisterung. Ja, Melissa, hast du jetzt die Taube an der Backe? Oh, die irgendwas sehnte. Na ja, ohne Kopf. Das ist richtig action. Ja, hallo. Ist nicht so einfach in den Supermarkt. Guck mal, als wurde erlöst. Asante. Nichts was. Von einer Taube werde die wohl nicht satt. So, hier gibt's Trinkwasser. Ja, wir haben jetzt auch ein Sameschäbeling. Ja, das ist ja gut. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Wir kommen nicht mit Tokio. So, mal gucken wir mal. Hatte Glück, was der A4-Fall. Ja, ja, ja. So, jetzt gucken wir mal. Ihre Buschräuser. Dann gibt es für jeden ein Stückchen Wurzel. Viele Kinder haben sie schon auch, gell? So süß. Alle tun sie auf der Wurzel rund kauen. Guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal. So, we use things from the nature, like plants. Und dann noch mal kurz. Mhm. Und hier hat die noch halt Schmuck auch. Und Babylein. So süß. Ja, wir haben ein T-Shirt mitgebracht für die Buschmänner aus Costa Rica. Und es gab tatsächlich ein bisschen Probleme mit dem Anziehen. Oh, oh. Oh, oh. Ich will das mal zeigen, wie es geht. Das ist ja schon ganz schön authentisch. Ist gut? Okay. Und er hat sich sehr über das T-Shirt gefreut. Und es steht ihm auch sehr gut. Oh, oh, oh. Oh, oh. Das ist ein traditioneller Tanz, was ihr uns dann im Kopf hört. Das ist ein traditioneller Tanz, was ihr dann im Kopf hört, was ihr dann im Kopf hört. Das ist ein traditioneller Tanz, was ihr dann im Kopf hört, was ihr dann im Kopf hört. Das ist ein traditioneller Tanz, was ihr dann im Kopf hört, was ihr dann im Kopf hört. Das war ein super interessantes und einträgsames Erlebnis bei den Buschmännern und wir hatten so viel Spaß.